Lösen Sie x e hoch 2x minus e hoch x minus 6 gleich 0 nach x auf? Das ist eine typische Aufgabe, die wir mit Substitutionen lösen. Wir substituieren w gleich e hoch x und wenn w e hoch x ist, dann ist w Quadrat gleich e hoch x zum Quadrat, also e hoch 2x. Und da setzen wir alles in die Gleichung ein und wir erhalten w Quadrat minus w minus 6 gleich 0. Das lösen wir mit der Mitternachtsformel. Und zwar ist das 1 plus oder minus die Wurzel aus 1 im Quadrat minus 4 mal minus 6 durch 2. Das ist 1 plus oder minus Wurzel aus 25 halbe oder w1 gleich 2 und minus 2 und w2 gleich 3. So, als nächstes machen wir die Rücksubstitution. Das heißt, wir setzen w1 und w2 ein und wir erhalten e hoch x gleich minus 2. Und das können Sie nicht nach x auflösen. Das heißt, die minus 2 hat keinen Beitrag. Und wir machen e hoch x gleich 3 und dann bekommen wir x gleich ln3 oder die Lösungsmenge ist nur ln3. Und wir machen und machen wir III. Und dann siihen wir 5 t связ nich bringen. Und wir machen. Und wir machen wir innerhalb von 9 Kita. Und dann gehen wir an die deservesenkach... Und dann können wir die Lego.